Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Heute muss ich ein bisschen anders zielen, denn das ist ein anderes Video Setup. Das ist schon mal Vorbereitung für unseren Schocktober. Übermorgen geht's los. Das Video kommt vielleicht vorher raus oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Es sind fluffige 60 Bilder pro Sekunde. Also von daher bin ich so agil wie nie zuvor. Aber das ist jetzt nun nicht der Hauptpunkt, worum es heute geht. Es soll um Hardware Video Encoder gehen. Wie ihr mit integrierter Hardware, also mit der Grafikkarte, wenn ihr eine NVIDIA Grafikkarte habt, mit der CPU, wenn ihr QuickSync in der Intel CPU habt oder VCE von AMD was drin habt. Warum das irgendwie Sinn macht, darüber die Videos zu komprimieren, die ihr vielleicht für einen Stream macht, sowas wie ich hier, eine Aufnahme macht oder eben auch beim Videoschneiden, wie ihr das Ganze deutlich beschleunigen könnt. Darum soll es heute gehen. Erstmal grundlegend die Frage, warum braucht man über so einen Hardware Video Encoder? Denn heutige CPUs sind eigentlich schnell genug, um Full HD, also 1920x1080 Pixel, also dieses 1080p mit 30 beziehungsweise sogar 60 Bildern pro Sekunde direkt in Software zu berechnen, einfach über die CPU. Ja, das funktioniert eigentlich schon ganz gut, aber es gibt in der CPU oder eben auch in der Grafikkarte spezialisierte Hardware-Einheiten, die das Ganze nochmal effizienter machen, sodass die CPU da eigentlich nichts mehr zu tun hat. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir mehr CPU-Zyklen übrig haben, dass Dinge halt flüssiger funktionieren. Dann kann ich Virtualisierung nebenbei machen, ohne dass es irgendwie anfängt zu ruckeln. Oder wenn ich jetzt irgendwelche tollen Spiele spiele, hat die CPU einfach mehr Zeit fürs Spiel und verdattelt nicht so viel Zeit mit dem Codieren von dem Videobild. Diese Hardware-Encoder machen das quasi nebenbei und können die Videos als H264 beziehungsweise H265 direkt komprimieren. Die ganz neuen, die können auch VP9 beziehungsweise AV1, das sind freie Formate. Die beiden aufgezählten sind proprietär, werden aber von jedem Schnittprogramm soweit verarbeitet. Also von daher habt ihr da erstmal keinen Nachteil bei. Wir haben unter Linux jetzt verschiedene Hardware-Typen oder Hardware-Kategorien. Also AMD hat einen Hardware-Encoder, das nennt sich Video Coding Engine. Das wird über dieses WarP angebunden, genauso wie Intel QuickSync. Das wird auch über WarP angebunden. Das ist so eine Schnittstelle für Videokompressionen. Da gibt es eine gemeinsame Schnittstelle, die sich halt Intel und AMD quasi teilen. Dann könnt ihr bei Wikipedia einmal nachgucken, was das so genau macht, worunter es auch schon verfügbar ist oder wo auch nicht. Dann habe ich hier noch einen Link-Tipp für euch. Dort gibt es eine wunderbare Liste mit verschiedenen CPUs von Intel, wo QuickSync schon drin ist. Das gibt es ungefähr seit 2011. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es in einer Intel-CPU drin habt, relativ hoch. Bei AMD ist es in den neueren auch drin. Also sowas wie Ryzen, da ist es schon mit bei. Und dann haben wir noch Nvidia. Nvidia schert so ein bisschen aus, hat sich so eine eigene API gebastelt. Das heißt NV-Enc. Und das ist in den Nvidia-Grafikkarten vorhanden. Vielleicht nicht die allergünstigsten, da ist es nicht drin. Aber in den etwas teureren GeForce-Karten ist es mit bei. Das könnt ihr auch unter dem Artikel hier nachgucken, wo das so ungefähr drin ist. Ja, genau. Also letztendlich, es geht darum, dass ihr mehr Rechenzeit für sinnvollere Dinge übrig habt. Und das Videokodieren wird ausgelagert auf Spezialchips. Mir sind jetzt verschiedene von diesen Hardware-Video-Encodern untergekommen. Die habe ich auf verschiedenen Distributionen verwendet. Von daher habe ich jetzt mal so ein bisschen aufgelistet, was man jetzt für die verschiedenen Typen braucht. Ich habe in meiner, ja, Karriere, nein, das ist ja falsch gesagt, aber in der Zeit, wo ich solche Videoaufnahmen mache, verschiedene Versionen durchprobiert. Also ich habe unter Ubuntu angefangen. Unter so einem Ubuntu habe ich zwar ummodifiziert, sodass ich einen anderen Desktop drauf habe. In der Version 2004, da habe ich so grob damit angefangen, 2019. Und da brauchte ich für meinen Ryzen, den ich mir da gekauft hatte, noch zusätzliche Pakete aus einem Repo. Weil die AMD-Grafiktreiber, die in dem Ubuntu 2004 drin waren, einfach nicht neu genug waren. Also da hat vieles nicht funktioniert. Da brauchte ich aktuellere Treiber, als sie da drin waren in dem Ubuntu. Wenn ihr Probleme mit AMD-Hardware haben solltet, dann könnt ihr dieses PPA einbinden. Da kommen Pakete mit dazu, die im normalen Ubuntu nicht drin sind. Und hinterher macht ihr ein APT-Upgrade. Dann werden die Pakete, die schon auf eurem System drauf sind, die ältere Version von AMD-Treibern enthalten, einfach aktualisiert. Wenn ihr jetzt ein Intel-System habt mit QuickSync, dann braucht ihr dazu noch den Intel Media VR Driver Non-Free dazu. Die freie Version, die vorhanden ist und installiert ist auf eurem System, die unterstützt kein QuickSync. Also müsst ihr wirklich dieses Paket dazu installieren. Wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt und da den NV-Eng verwenden möchtet, dann müsst ihr ein paar zusätzliche Pakete installieren, falls eure Distribution das nicht schon von vornherein gemacht hat. Ihr braucht dafür allerdings den proprietären Treiber, also der freie Nouveau, der reicht da nicht aus. Ihr müsst wirklich den von Nvidia nehmen. Bei dem Ubuntu bzw. Linux Mint, was ich da jetzt habe, also Linux Mint 21, wo ich jetzt auch davor sitze, da habe ich so eine Nvidia-Karte drin. Und dort brauche ich diese ganzen einzelnen Pakete. Und da habe ich so eine Variable hier für die Versionsnummer. Die müsst ihr entsprechend setzen für die Version von diesem Nvidia-Treiber. Da gibt es verschiedene Versionen, je nachdem, was gerade aktuell ist. Irgendwie 500 irgendwas oder so oder 600, wo auch immer die jetzt gerade sein mögen. Und dann habt ihr diese Zusammenstellung aus diesen verschiedenen einzelnen Komponenten. Und die müssen alle auch dieselbe Versionsnummer haben. Da ist dann so ein Kernel-Treiber mit dabei. Dann sind hier nochmal zusätzlich Treiber drin. Dann braucht ihr den X-Org-Treiber, wenn ihr X-Org verwendet und nicht Wayland. Und ein paar zusätzliche, ja, weitere Werkzeuge dazu. Und falls ihr so eine Kombination habt, dass ihr eine Intel-Karte im System habt und eine Nvidia-Karte gleichzeitig mit dabei habt, dann heißt das Prime nochmal. Das hat jetzt nichts mit diesem komischen Abo oder so zu tun. Sondern das ist so gedacht, dass ihr die Intel-Karte für Anwendungen nehmt, wo nicht so viel berechnet werden muss. Und die Nvidia-Karte dann einspringt, wenn es um 3D-Beschleunigung geht. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Spiele spielt, dann solltet ihr Nvidia-Karte einfach direkt übernehmen. Und das heißt denn Nvidia Prime bzw. Optimus. Dann gibt es noch ein Paket, wo so ein Nvidia-Konfigurationsdialog drin ist, wo man ein bisschen was einstellen kann. Das sind jetzt hier grob diese drei verschiedenen Hardware-Typen mit der Beschleunigung für die Videokompression. Wenn ihr eine andere Distribution einsetzt, dann braucht ihr natürlich auch die entsprechenden Pakete aus der Distribution. Da kann es natürlich sein, dass die Pakete komplett anders halten. Oder das ist sehr wahrscheinlich sogar, dass die anders heißen. Aber von der Art her braucht ihr eben was Ähnliches. Dazu braucht ihr wahrscheinlich auch noch irgendwelche Programme, die diese Encoder überhaupt verwenden können. Also OBS, dieses System, was ich jetzt benutze, um diese Aufnahme zu machen, mit der ich allerdings auch streamen kann. Das heißt OBS Studio, dieses Paket. Das kann ich unter Ubuntu installieren, unter Linux Mint. Mein Videoschnitt mache ich mit KDN Live. Das könnt ihr auch einfach dazu installieren. Und dann gibt es auch noch Avidemux. Das ist eine sehr einfache Videoschnittsoftware. Da könnt ihr ja letztendlich bloß Videos zurechtschneiden. Ihr könnt da keine mehr Spur, sonst was irgendwie tollen Sachen mitmachen. Das ist halt sehr primitiv, eignet sich super zum Neukomprimieren von Videos, zum größer Rechnen, kleiner Rechnen, zum schwarze Balken entfernen, ein bisschen zuschneiden und sowas. Also das ist relativ einfach, aber total praktisch für einfache Aufgaben. Und diese drei, also OBS, KDN Live und Avidemux, die unterstützen alle QuickSync, das von AMD und von NVIDIA. Damit könnt ihr also deutlich schneller das Video komprimieren bzw. rendern, als wenn ihr das mit einer reinen Softwarelösung machen würdet. Ich zeige euch jetzt nochmal ein bisschen zu den Einstellmöglichkeiten für OBS, für diese Open Broadcaster Software. Da werden die Einstellungen für Videokompressionen erstmal in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal für die Aufnahme, also für das, was ihr auf eine SSD schreibt oder auf eure Festplatte. Was ihr quasi erstmal vorbereitet, dann könnt ihr es hinterher zusammenschneiden und ein fertiges Video machen, das dann irgendwo hochladen. Das könnt ihr damit machen, das ist die Aufnahme. Oder wenn ihr jetzt live irgendwelche Sachen streamen wollt, dann gibt es dafür einen anderen Dialog. Das hat den Hintergrund, dass ihr die Aufnahmen in einer besseren Qualität machen könnt, weil ihr einfach mehr Platz auf der Festplatte wahrscheinlich habt, als was so ein Streaming-Anbieter als Qualität entgegennimmt. Also einige sind so ein bisschen eingeschränkt, was das geht oder vielleicht auch eure Internetleitung bringt auch weniger, als was ihr auf so eine SSD schreiben könnt. Twitch zum Beispiel will bloß 6 Megabit pro Sekunde maximal haben. Mehr geht da einfach nicht. Und wenn ihr jetzt einen Livestream macht, könnt ihr den in diesen 6 Megabit pro Sekunde einfach bei Twitch streamen. Und ihr könnt in einer deutlich besseren Qualität auch gleichzeitig noch eine Aufnahme machen, damit ihr das Ganze nochmal nachbearbeiten könnt. Also es ist sofort live im Internet und in besserer Qualität auch noch auf eurer Platte. Wenn ihr eure Aufnahme auch gleichzeitig noch im Matroschka-Container speichern lasst, dann könnt ihr auch bis zu 6 Audiospuren mitspeichern. Das hat den Vorteil, dass ihr verschiedene einzelne Toneingänge auf verschiedene Spuren legt. Also zum Beispiel das Mikrofon ist ein Toneingang und das Spiel, was ihr vielleicht spielt, das hat eine weitere Tonspur. Und dann könnt ihr hinterher im Nachbearbeiten nochmal die Lautstärke anpassen oder irgendwelche Sachen rausschneiden. Wenn ihr jetzt irgendwie rumhustet oder so, könnt ihr das auf eurer Mikrofon-Tonspur einfach rausschneiden oder einfach stumm schalten für den Moment. Und die Hintergrundmusik von dem Spiel, die läuft einfach weiter. Das könnt ihr leider nicht machen, wenn ihr streamt. Da geht bloß eine Tonspur raus. Aber für die Nachbearbeitung habt ihr dann eine Aufnahme, wo wirklich bis zu 6 Tonspuren drin sind. Das empfehle ich euch auch wirklich so zu machen, wenn ihr vorhabt, das Ganze nachzubearbeiten oder vielleicht für in 10 Jahren nochmal reingucken. Dann habt ihr es einfach in besserer Qualität nochmal rumliegen, als es im Netz drin steht. Normalerweise könnt ihr sogar diese beiden Qualitätsstufen einmal schlechter für Streaming und besser für die Aufnahme zur Nachbearbeitung über denselben Hardware Video Encoder durchführen lassen. Das habe ich jedenfalls erfolgreich getestet bei Nvidia mit meiner Grafikkarte geht es und bei dem QuickSync hat es auch funktioniert. Bei AMD weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Dann mache ich normalerweise bloß Aufzeichnungen, aber ich denke, es funktioniert auch. Um euch das Ganze mal so ein bisschen zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, habe ich mal so ein paar Bildschirmfotos gemacht und die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Bei den meisten Fotos, die ich so gemacht habe, unterteilt sich das in Aufnahme und in Stream. Das sind hier zwei Kategorien, zwei Reiter bei OBS. Das Ganze findet ihr unter Einstellung und Ausgabe und dann gibt es den Reiter Aufnahme und Stream. Ihr habt dabei verschiedene Möglichkeiten, was ihr dort einstellen könnt. Normalerweise fangt ihr mit dem Stream an und dort gebt ihr vor, welchen Encoder ihr nehmen wollt. Das hier habe ich jetzt für meinen Ryzen 5 von 2019 gemacht. Der ist insofern schon ein bisschen älter. Der hat diese Zen Plus Architektur, die ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Und das hat so einen Codenamen Picasso. Dort wähle ich als Encoder FF-MPEG, Warpi und H264. Das kann dieses Gerät in Hardware machen. Und dann gebe ich vor, dieses Warpi-Gerät ist mein Picasso, also meine CPU oder GPU da drin. Und da kann ich so ein bisschen einstellen, was ich denn haben möchte. Dort kann ich so ein grundlegendes Profil nehmen. Da würde ich immer dieses Baseline Default nehmen. Level würde ich auch auf hier den Compatibility Mode setzen. Also wirklich so lassen, wie es dort ist. Über diese Variante mit CQP lege ich fest, dass so ein visueller Eindruck immer bestehen soll. Da gibt es diesen QP-Faktor. Wenn das eine sehr geringe Zahl ist oder umso niedriger die Zahl ist, desto besser ist der visuelle Eindruck. Also desto weniger Kompressions-Artefakte habe ich drin. Mit der Null wird es quasi ununterscheidbar vom Originalbild. Macht aber auch relativ große Dateien. Oder sagen wir mal so, wenn sich viel auf dem Bild bewegt, was ich damit komprimieren lasse, dann werden die Dateien entsprechend groß. Wenn ich mich hier bloß habe, ich wackele hier ein bisschen rum. Das ist ein relativ kleiner Bereich vom Bild und der Rest ist ja sehr statisch. Von daher wird das dann nicht so wahnsinnig groß. Wenn ich jetzt irgendwelche Spiele spiele, wo sich quasi alles in jeder Sekunde, in jedem Sekundenbruchteil ändert, dann habe ich entsprechend große Dateien hinterher. Genauso wie dieses Keyframe-Intervall. Also so ein Keyframe ist immer so ein Vollbild und zwischen diesen Vollbildern werden auf ganz geschickte Arten und Weisen Zwischenbilder die Unterschiede abgespeichert. Und das spart halt wahnsinnig viel Speicher, weil sich meistens kleinere Teile im Bild verändern. Oder es auch Bereiche gibt, die man von einem Bild zum nächsten halt wiederverwenden kann. Ja, dafür sorgen halt die Algorithmen, die das Ganze komprimieren. Und mit diesen Einstellungen funktioniert das darauf gut. Wenn ich andere nehme, kann es dazu führen, dass ich nachher fehlerhafte Dateien habe, fehlerhafte Videodateien, die ich auch nicht schneiden kann oder wo einfach Bildfehler drin sind. Von daher ist das nicht unbedingt immer so trivial, da so eine Kombination zu finden, die auch wirklich läuft. Von daher, wenn ihr jetzt auch so ein Zen-Plus-System noch haben solltet, dann könnt ihr das hiermit einfach mal ausprobieren. Das sind die Stream-Einstellungen. Und wenn ich jetzt hier die Aufnahmeeinstellungen nehme, dort habe ich hier Encoder, Stream-Encoder verwenden. Da werden genau dieselben Einstellungen, die ich vorher genommen habe, weiterverwendet, ohne irgendwelche Anpassungen. Ich habe aber die Möglichkeit, bei Audiospur jetzt noch zu sagen, ich möchte Audiospur 1 und 2 mit dazu haben. Eins ist bei mir das Mikrofon und 2 ist der Ton, den irgendwelche Programme generieren. Also zum Beispiel ein Spiel oder irgendwie eine Audio-Anwendung oder sowas. Beim neueren Ryzen, der auf hier Zen 2 basiert, so einem Lucien, Lucien, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, Da gibt es ja grundlegend dieselben Einstellmöglichkeiten. Da heißt eben das Vapi-Gerät Lucien und ich kann da verschiedene Einstellungen wiederum machen. Ich sage dieses Mal allerdings VBR als Qualitätsregulierungsmethode, also Variable Bitrate. Und dort gebe ich 15.000 Kilobit pro Sekunde fest und die maximale Bitrate auf 0. Also da kann wirklich dieser Encoder aus dem Vollen schöpfen und wirklich sehr viel wegspeichern, wenn es halt notwendig ist. Bei der Audiospur habe ich in diesem Setup bloß eine Audiospur mit dabei. Und wichtig dabei ist, dass man dieses MKV, dieses Matroschka-Format nimmt, denn nur das kann verschiedene Audiospuren überhaupt abspeichern. Dann haben wir im Gegensatz dazu Streaming. Dort sieht es sehr ähnlich aus. Dort haben wir allerdings CBR. Das ist eine Qualitätsregulierungsmethode, die einen konstanten Datenstrom erzeugt. Das heißt, es werden immer diese 6.000 Kilobit pro Sekunde rausgeschrieben, egal ob man eigentlich das braucht oder nicht. Das ist halt konstant. Das ist sowas, was einige Streaming-Anbieter ganz gerne haben. Sowas wie Twitch, das möchte diese 6.000 Kilobit pro Sekunde haben, nicht mehr. Und wenn es weniger ist, ist es zwar nicht schlimm, aber damit kommt man ganz gut dort klar. Als nächstes hätten wir jetzt hier Intel mit QuickSync. Das sieht auch wieder sehr ähnlich aus. Dort habe ich dann mal wieder variable Bitrate genommen. Also VBR, dieses Mal mit 15.000 Kilobit, dass das Ganze auch wirklich in sehr ordentlicher Qualität auf der Platte oder in SSD landet. Dann das Aufnahmeformat natürlich für MKV, weil ich zwei Audiospuren haben möchte. Und der Encoder heißt hier FF-MPEG-VAPI wie bei AMD. Der WAPI-Gerätename heißt hier einfach Device9A78. Also ein wunderbarer Name. Aber da wir bloß ein Gerät normalerweise drin haben, ist das gar nicht so schwer zu finden. Beziehungsweise ist es einfach vordefiniert. Wir können uns da eh nichts aussuchen. Beim Streamen ist es, ja, wieder dieses Gerät. Da habe ich dann mal eine andere Bitrate genommen. Ich glaube, mit dem Gerät wollte ich gar nicht streamen. Von daher habe ich es bei dieser Voreinstellung mit den 2500 Kilobit pro Sekunde gelassen. Das ist CBR wieder. Also eine konstante Datenrate mit 2500 Kilobit ist relativ gering. Wenn ihr eine schlechte Internetverbindung habt, dann ist das vielleicht eine gute Sache. Ansonsten macht das ruhig höher. Dann hier noch für Nvidia. Dort habe ich mal die vereinfachte Ansicht genommen. Man kann das auch so machen, dass man diesen Ausgabemodus auf einfach stellt. Beziehungsweise das ist die Vorgabe dafür. Wir hatten in den anderen Bildern hier Ausgabemodus erweitert. Das ist aufgeteilt nach Stream, Aufnahme, Audio und Wiederholungspuffer. Und das fällt alles weg. Ich habe bloß noch Stream und Aufnahme als zwei Kategorien auf derselben Seite. Da kann ich jetzt nicht mehr so viel einstellen. Also ich kann die Videobitrate noch auf 6000 Kilobit, weil wegen hier Twitch einstellen. Dann sage ich jetzt, welchen Encoder ich haben möchte. Den NV-Enc möchte ich benutzen für die Nvidia-Grafikkarte. Den verwende ich gleichzeitig auch noch unten für die Aufnahme. Und dort kann ich Aufnahmequalität festlegen. Da sage ich hohe Qualität und mittelgroße Dateien. Damit wird das relativ grob festgelegt. Für die meisten Anwendungsfälle reicht das aber auch vollkommen aus. Und dann bräuchte ich das unten bloß noch zu bestätigen mit OK und dann ist das soweit eingestellt. Wenn ihr das jetzt filigraner haben wollt, dann könnt ihr natürlich wieder Ausgabemodus auf Erweitert stellen. Und dann habt ihr wieder diese ganzen verschiedenen Parameter und Einstellmöglichkeiten, die wir vorher gesehen haben, auch bei Nvidia. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen, dass ihr so einen groben Überblick habt, was man mit Linux und diesen Hardware-Videoencodern machen kann. Was für Einstellmöglichkeiten es gibt. Wenn ihr jetzt irgendwie Probleme mit eurem OBS-Setup haben solltet, könnt ihr euch da so ein bisschen dran orientieren, was ich vorgestellt habe. Ja, ansonsten macht es nach. Macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Glocke drücken und ansonsten bis zum nächsten Mal.